Hallo und herzlich willkommen zu einem Team Deathmatch heute in GTA Online und ja ich habe glaube in GTA seit sechs Monate die ich das ist ungefähr fast hab also ist eigentlich fast schon sechs Monate sehr 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 selten ein Team Deathmatch gespielt ich würde eigentlich gerade was komplett anders machen aber dann kam die Meldung unten rein absteht doch ey das ist doch geil Kurskipanzerwerfer kann man mit eigenen Waffen geschossen oder Schoffs feste Plus aufnehmen das heißt es fester Schwerste Panzerung nach klar kann ich mir doch leisten wir sind scheiße den die so schon geschafft hat alles eingestellt hat in der Aufnahme wie jetzt weil ich nur das zweifel Schatten schnapp vorgestellt auch um okay und kriegen es Tüchen und üBli in die in die in die im Nein, bitte nicht! Ah, schön, wie das sich wieder teleportiert. Das ist ein Weg zum Seil. Oh, fuck. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Haha! Geil! Aber wir haben gleich keine Munition mehr! Das ist gerade Suboptimal! Schließend was das denn hier? Ich habe noch einen Schuss in der Waffe! Das ist natürlich... Grandios! Nein! Och was ist das denn für dummer NPC! Ja! Hohoho! Starkes Spiel! Ich habe gar nicht gesehen, dass ich hier war! Der wusste ja gar nicht was... was ihm geschieht! Ich will ne jössere Waffe wieder! Ich will ne jössere Waffe wieder! Oh Scheiße! Ja! Küss ja ja! Ja! Geil! Haha! Hm... Mit einer Pistole sollte man so füllen! Ja, das sagt mir mal jemand bitte! Das war wirklich nicht schlecht! Also ich habe mich wirklich nicht so dumm eingestellt wie sonst immer! Och man, wie so konnte ich nicht grüßen! Wie sie... Das war natürlich... Das war natürlich einfach! Gefällt mir natürlich gut! Das ist natürlich... Wie viel... Ich hatte einen Tod? Und... 4 Kürze oder was? Anscheinend, ne? Das ist natürlich nicht... Ja, war wirklich so! Gut, ähm... Ich bedanke mich für's zu gucken! War ein kurzes Video jetzt! War gar nicht so still! Tut mir leid, wenn ich etwas still war und mich die ganze Zeit dann hergerollt hat! Äh... ist es auch egal! Vielen Dank für's angucken! Und... Tschüss! Ich bin... Ich bin...